Hallo und herzlich willkommen zur Game Time. Yo, Chang'ez und ich spielen heute Brawl. Wir haben uns gedacht, wir müssen ein für alle mal klären, wer hier der Bessere ist. Genau, und ich glaube mal, heute ist Zeit für das Final Match. Es gibt natürlich auch eine Bestrafung am Ende. Und zwar muss der Verlierer bei Instagram ein Foto machen, wie er vor dem Gewinner kniet und dann bei der Beschreibung reinschreiben, ich bin deiner nicht würdig. Ja, wird schon scheiße für den. Ja, mal gucken, ne? Let's bring your door. Let's get los. Genieße deinen letzten Tag mit Frohsinn, denn morgen wirst du dich in Elend sudeln. So, wir haben natürlich unsere Mains genommen, Lukas und Ness. Oh, jetzt geht's schon los. Jetzt geht's noch alles diesmal. Ja, also ich gehe mir davon aus, dass wir wieder gar nichts sagen werden, einfach weil wir uns zu krass konzentrieren müssen. Bei dem Spiel ist das so. Und ich sage das immer wieder, egal wo ich spiele. Also hier ist jedes Prozent auf jeden Fall von Wirkung. Ohne Scheiße. Jetzt kommt der Aufnahmeflug. Wir spielen richtig scheiße. Wir sind normalerweise natürlich viel besser natürlich. Und kennst du diese ganzen Leute, die da reinschreiben, hey, ihr könnt das ja gar nicht, ich kann das viel besser. Ja, die haben recht. Ja, ich meine, wir sind voll scheiße, ich bitte dich. Ich meine, es ist halt so. Wir wissen alle, dass ihr viel besser seid. Bitte, es interessiert uns nur fast. Also wir können es nur zum zehnten Mal sagen, das ist ein Spiel der puren Konzentration. Ja, das stimmt. Du bist gleich der Schlauzein. Ein Bali liegt gerade ein bisschen hinten. Was? Ich bin doch Lukas. Ich trau mich gar nicht, dir zu nahe zu kommen. Ich trau mich nicht. Ich hätte es ja fast gemacht. Oh mein Gott, du schaffst du gerade. Nein, nein. Der Griff. Ja. Scheiße. Ja, aber dieser Japanesk, komm, komm, komm. Oh, shit, Alter. Warum lebst du? Warum lebst du? Ich bin unsterblich. Please. Nein, er hat nichts gemacht. Komm, stirp, stirp. Was? Oh. Oh, shit. Ey, ich habe richtig Angst, dass es... Aber Victor schwindet schon. Nein. Nein. Der King, der King. Aber das hole ich, ey. Alles cool, alles cool. Alles cool. Und oh, 0, 0. Shit. Was gibt es nicht? 0, 0. Ich muss mich hier wieder aufwärmen mit Nes. Ein paar Übungen, bevor ich hier wieder angreife. Denkt an Instagram an das Bild. Denkt an das Instagram Bild. Enttäusch mich nicht. Warum gebe ich dir eigentlich einen Wunsch? Das macht überhaupt keinen Sinn. Oh, shit. Ne, also hier muss man wirklich nicht wundern, wenn wir komplett defensiv spielen. Das liegt einfach daran, dass wir keinen Bock haben, dieses scheiß Instagram Video zu machen. Das ist ein Video. Ne, Bild. Ne, Bild. Das war ein Bild, ne? Kannst auch gerne ein Video machen. Ja, ein Video wäre noch lustiger. So ein Video, wo man sich verfolgt. Wow, geh weg, Alter. Shit. Scheiß blonde. Jungs, ich meine. Blond. Diese Scheiß. Ist ja nicht so, als wäre ich auch blond. Ich kann gar nicht mehr reden. Angeblich soll ja, es gibt ja einen, äh, na, shit. Versuchen das Film? Ne, ne, es gibt ja diesen, nicht die Nachmacher, aber auch das Entend auf der Playstation. Playstation, Playstation authors, die grabs you. Ist das wirklich so schlecht? Es soll, also, angeblich soll das besser sein. Es ist gar nicht so scheiße, aber Super Smash kann ja auch. Ich hab's noch nie gespielt, wie hab ich gesagt. Also doch, wir haben das schon mal gespielt. Victor, wärst du bei einem Super Smash Spendern, weil ich nicht in der Hauptstadt... Nein! Bitte! Ey, Jan tut mir da so, ich hab keine Ahnung, was du da hast. Ich hab mir auch gar nicht egal, was du da hast. Oh, jetzt, 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 jetzt. Oh, niss. Niss? Oh, niss, Alter. Oh, da geht gleich einer drauf, ich spür's. Ja! Oh, scheiße, Alter. Wow! Boom, was willst du tun? Lock, schu, Digga, ich meine, was willst du tun? Ey, 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 guck mal, meine Brust, siehst du das? Shit. Nein! Oh, scheiße, was hab ich getan? Oh! Nein! Nein! Alter, ich hab... Ne. Ne. Das zerrt so an den Nerven. Ja! Nein! Braucht der einen Schluck Energie rein? Geh mal weg mit dem Arm, Alter. Alter, ist das spannend. Alter. Ja, du hast ja auch gegen Taddle gespielt, ne? Ist der gut? Er ist ziemlich gut. Aber zum Glück, irgendwie hab ich's doch geschafft, ihn fertig zu machen. An Jack, es kommt da nicht vorbei. Ich würde... Du musst auch unbedingt mal gegen Taddle spielen, ja? Ja, ich würde auch unbedingt gegen ihn spielen. Taddle, wenn du das siehst. Offizielle Aufforderung. Ja, offizielle Aufforderung. Guck mal, guck mal, warte, warte, 156. Das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Das war immer so. Alter, Kampf der Giganten. Taddle, wenn du das siehst, komm mal vorbei. Ja. Komm mal nach Köln, los. Hustet das unter seinen Pist. Nervt ihn, Alter. Ja, genau. Stemmt ihn alle zu. Nein, bin ich zu! Ja! Oh, ich bin so dumm! Jetzt musst du aufholen, Alter. Oh! 0-0! Wieder! Schon wieder! Okay, warte. Geh am Rand, geh am Rand. Bereit, wir rennen aufeinander zu uns. 3! 2! 1! Oh! Oh, Lukas! Oh, shit! Die Musik passt auch noch ein bisschen. Ja, die passt wirklich perfekt, Alter. Ja, verloren. Nee. Oh, shit. Ich spiel dich da selber, aber ich bin voll drin. Oh, scheiße. Aber du siehst doch gar nichts, oder? Doch, so ein bisschen. Warum mach ich das? Ich weiß es nicht. Warum wusste das? Du hast alles verkackt. 20 zu 32. Uh. Oh, 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 oh. Nein! Oh! 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 Das sieht auch immer wieder aus Neuer an. Das krasseste Match überhaupt. Ohne Scheiß. Das krasseste Brawl-Match. Wir haben ja schon mal gespielt. Aber das war nicht so spannend wie jetzt. Wir spielen gerade, wirklich. Wir spielen gerade natürlich, dass es um Leben und Tod geht. Ich gebe meinen persönlichen Tipp ab. Ich glaube, Viktor gewinnt. Wenn es um Leben und Tod gehen würde, dann würden wir genau so spielen. Das ist doch um Leben und Tod spielen. Wir haben beide fast die gleiche Prozentanzahl. Ich bin tot. Oh mein Gott. 97 zu 96. Sehe ich das richtig? Oh mein Gott. Ich verliere. Was ist hier los? Ich glaube, ich verliere. Was ist hier los? Jetzt sagt jeder, ich glaube, ich verliere. Nein, ich bin gestoppt. Alter. Ich fühle mich gerade wirklich so, als ob der Sterbe. Nein. 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 Alter. Ich komme auf mir hin. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich bin so dumm. Was? Ich dachte mal. Oh mein Gott. Was ist hier los? Scheiße. Die Leute werden sich fragen, um hier zu abgehen wegen dem Scheitspiel. Die Nachbarn kommen gleich hoch. Ja. Alter, mein Herz schickt auch so doll. Es geht ja auch um dein Leben. Oh mein Gott. Du weißt es nur nicht. Oh mein Gott. Ja. Oh shit. Er lebt doch. Jetzt. Ihr Framerockt auf einmal. Ja. Jetzt ruckelt es auf einmal. Ohne Sinn. Es ruckelt. Warum? Es ruckelt. Was? Das Spiel ruckelt. Oh mein Gott. Nein. Ja. Ja. Geil. Geil. Ja. Geil. Oh scheiße. So, liebe Freunde. Jetzt machen wir hier das aufwändigste Instagram Bild der Welt. Definitiv. Hier, Jan mit Licht. Und ich würde mal sagen, wir fangen an, oder? Der offizielle Super Smash König ist geführt. Auf in die Blowjob Pose. Guck in die Cam Victor bei mir. Und noch so ein bisschen demütiger. Genau. Der ist bosshafter. Los. Guck in die Campe. Fotos haben wir fehlgeschlagen. Ja. Ja, so jetzt nochmal hier. Und. Ja, Brüder. Ja, du machst alles falsch, oder? Drei. Zwei. Eins. Jenks bosshafter. Aggressiver. Aggressiver. Augen auf. Und. Ja. So. Diese Bilder könnt ihr natürlich auf unseren Instagram Profilen finden. Die haben wir euch hier irgendwo verlinkt. Vor allem bei Victor. Ja, genau. Vor allem bei Victor. Heute haben wir wieder mal gelernt, dass die Warensieger auch mal einen schlechten Tag haben. Ja. Kann ja mal passieren. Das war's mit der Game-Time würde ich sagen. Ich hoffe es hat euch gefallen. Zeigt Sven mit einem Daumen nach hoch. Genau. Und. Viktors Kanal ist auch in der Endcard. Ja, ja. Seht uns wenn ihr wollt irgendwann in den nächsten Videos. Bis dann. Bye-bye. Ciao. Yeah. Leute. Mia Sabbia. ие